Hallo und herzlich willkommen zu... Was ist denn jetzt los? Äh, ich seh meine Karten nicht. Jetzt seh ich sie. Mhm. So, alles klar. Ja, äh, gerade wieder eine Stressful-Folge. Aber, aus Gilde Nummer 2, jetzt hier gegen Diesel. Mit einer glatten 100. So. Sollte ich trotzdem gewinnen. Versehentlich da oben noch die Automatik drin gehabt. Hm. Wenn man sich auf zwei Sachen gleichzeitig konzentriert, dann wird das Ganze ein klein wenig kompliziert, bei nur sieben Minuten. Und... Naja, schauen wir mal. Hier müsste da am besten dafür geeignet sein. Guck mal, hier Mr. Front noch. Dann hier... Wenn das Darklings... Und jetzt haben wir es aber safe gewonnen. ... So. Gegen Louise Rocks. Sechs Minuten noch Zeit. Schauen wir mal, was wir aus diesem Match noch rausholen können. So. Ja, dann fangen wir mal an, hier mit einem Devil Hang. Also ein Ding. So. Sollte auch okay sein. Mit einer glatten 100. Juhu und weiter gehts, dann haben wir, ja komm wir fangen mal da damit an. Na das war jetzt natürlich ein bisschen ungünstig gewesen, dass das ganze eigentlich schon wieder so dunkel bei mir geht. So weiter gehts, sind es noch vier Matches. Machen wir hier, Irak Lobster mit dem Bobby. So und dann haben wir dieses Match auch schon gewonnen. 95. Noch drei. Peter. Machen wir den drunken Peter. Dann hier Staffington Academy. Hm. Na gut, die Staffington Academy beziehungsweise der drunken Peter zieht ja noch Angriff runter bei der schlimmen Tina und damit müsste ich es jetzt haben, genau. So, wunderbar, wunderbar. Noch zwei Matches sind offen. Peter wieder. Drunken Peter. Bobby. Und Cigarette Addicts. ist mega stark. Mega stark. Mega stark gekommen. Boah. So. Ein Mensch ist noch offen. Noch mal so. Und damit sollten wir das jetzt auch dann gewonnen haben. Ja. 90 nochmal geholt zum Ende hin. Schauen wir mal, wie ist denn eigentlich der Stand hier momentan. 31, 107 zu 27, 378. Damit haben wir dieses Match auch gewonnen. Sehr geil. 38 waren bei denen aktiv. Bei uns waren es jetzt, wenn es mal aufgehen würde. So. Georgios. 992. X-Strike. Knuckster. Gabriel D. Mark Foul. James. Tristan. Benitha. Fanzinio. Schmobi. Scotty Pippen. Raffi Treffi. Joseph. Stewie. Berserker. Illili. Lord Universe. Sardos. Mark Oliver. Snort. Zimal. Player. Bobob. Dann komme ich. Ich bin noch ein bisschen weiter oben. Outlaw Deak. Beres. Charlene. Albertus. Wunderheiler. Fredda P. Anderson. Bruno. Suarez. Max Max. Quarkmüller. Bobob. Ne. 800. 8135. Bibi. Bibi. Looper Scooper. Wilxalisco. Wovan. Marunga. Ja. Wunderbar. Wenn es euch gefallen, dann lasst mal ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Animation Sworddown mit mir immer gleich. Schaut rein, Max. Bis dann. Tschüss. Schaut.